Zu den gesündesten Küchen der Welt gehört die mediterrane Küche. Und so ein schön gegrilltes Gemüse mit einem Flanksteak und einem Pesto, das ist nicht nur gesund, das ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Ich liebe diese Art von Kochen und ich hoffe Sie auch bald. Schauen Sie jetzt mal. So schmeckt das Leben.